Meine Rotz hier ey Das gibst du nicht Jetzt fängt es an zu retten Ey da gehst du mal einen Schritt vor Und da lebt es Ey das ist zum Kotzen Oh du Scheiß Das regt mich jetzt auf Ey das kann doch nie sein Genau in dem Moment wo ich immer nach vorne klicke Ach zum Kotzen Mann dieses Freps Das regt mich auf Das war nur so zu gewinnen Der Gegner hat einen Turm zerstört Schon wieder das Opfer Kommt schon leider ins Gebüsch alle rein Ja die machen gerade den Baron Ja da kommt er Da kommt er Wie er sofort wieder auf mich skate Ach Mann ja Krass Ey du bist Jetzt aber auch nichts aus Dieser dumme Lee Sin Das ist doch so lächerlich Jetzt können wir es aufgeben Der Ogre der macht doch keinen Schaden Gegen den Kasadin Der Kasadin ist reiner AP Guck mal der wird von Shaco kaputt gemacht Im offenen Kampf Oh ne Oh ne Das regt mich gerade richtig auf Wegen den Scheiß Featern ey Die Magie Sie ruft nach mir Der Gegner hat einen Turm zerstört Ah der rennt wieder durch Das ist nur eine kurze Strecke Aber ein langer Witz Oh da ist Timo Oh ich habe keinen Schaden mehr Ja rennt doch mal Da greift ja denen das Vieh ein Ist der Leiter der Vieh Oh ne wisst Ich will gerade sagen Im Mund überhaupt gar keinen Schaden mache Der heilt sich einfach schneller hoch Das ist doch allzu Schaden macht Das ist doch voll verrückt Das ist doch voll verrückt Der geht mir auf Mosaki Okay Ja Jäger Ja Ja Jäger Ja 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 Nein, das ärgert mich daran richtig, wie ich schlecht dich zum Ende hin gespielt habe. Stark angefangen und stark nachgelassen, ey, aber echt. Der Ogon war einfach zu schlecht in der Mitte. Ich habe natürlich so angefangen, daran, dass wir kein Mist gesagt haben. Aber wir haben unsere Lehne eindeutig gehalten. Ja.